aber ich freue mich dass wir endlich mal wieder minecraft spielen ja wurde mal zeit und demnächst kriegen wir vielleicht auch alle projekte ein bisschen regelmäßiger hin wir sind nämlich so so speziell und arbeiten jetzt gerade im upload klar naja also bei uns ist es so wenn wir uns gerade wenn wir uns gerade in der party treffen dass wir fragen was wollen wir heute aufnehmen ja ich weiß auch nicht dann zocken wir irgendeine runde was auch immer und danach müssen wir auf also deswegen müssen wir dann mal so ein upload plan durch arbeiten und so alter was ich jetzt an diurid habe ich komme nicht mehr klar das frage ich mich auch immer ich habe irgendwie ein paar gänge zu viel gebaut alter hier ist immer noch diurid gleich so hey ach nee das ist schon sollte ich vielleicht machen ja sag mal wo wo sind wir hergekommen wo ging es weiter ich weiß es nicht warte mal hier liegen steine also kommen alter diurid ich geh weg what the shit oh wetstone geh mal weg alter das ist meins verbrenn doch wieder alter level 25 ja wulski guck dir das mal einfach mal an du brauchst eine wand ab und dahinter ist direkt die nächste wand ich sehe es das ist einfach grausam ich kann dich widerstehen es ist eine sucht ja nach unten geht es natürlich auch alter wollte mich komplett verarschen so sind wir noch auf der richtigen höhe für diamants oh eisen was ist das denn gerade bitte das hat sich irgendwie ein bisschen falscher gehört das war meine zimmer ja natürlich war das deine zimmer Tür hätte ich jetzt auch gesagt warte mal ohne scheiß das ist echt so natürlich doch du musst es mir nicht glauben aber die hört sich leider so an das tue ich auch nicht so dann habe ich hier ein paar stickles ein paar stickles alter so ach ne fucking wollte ich mehr machen so ich höre schon wieder lava hüpfen ja lava hüpft für alle die es nicht wussten und mein inventar ist gerade voll alter sag mal willst du mich umbringen oder was habe ich versucht willst du dass da lava von oben kommt oder witt habe ich versucht ja sag mal wo wo sind wir hier ach so ja ja das ist ja das wir wegen dir haben uns verlaufen was wieso wegen mir du musst jeden scheiß Theorien abbauen den du findest ey ja ich baue damit halt gerne weil das nice aussieht pass mal auf gleich buddeln wir uns hoch und dann sind wir bei der gegnerischen Stadt das wäre einfach so mega geil das wäre richtig bekloppt ey du kannst mal ich baue gerade aus aua ich baue gerade aus weiter und du machst mal hier äh solche Dinger immer ach du Nudel so weit bis du kommst weil da hinten ist jetzt Redstone das kannst du dann mitnehmen und das machst du dann halt immer so weiter auf jeder Seite und dann so äh zwei Blöcke dazwischen oder so dass du da halt äh möglichst viel mitnehmen kannst scheiße also kriege ich eigentlich wenn ich dich schlage ein Stück Schweinefleisch what a shit äh das wissen die wenigsten ich bin ein Schwein ich lasse gerne Schweinefleisch liegen oh hier ist überall Kies ey ich hab leider kein äh keine Schaufel mehr Alter Redstone Gold Kohle ja siehst du das lohnt sich hier ist überall Kies Alter ich krieg hier gleich so okay hier ist jetzt kein Kies mehr dafür ist hier jetzt Erde Alter ihr wollt mich doch verarschen ne was macht denn Erde hier mal so als doofe Frage so zwischendurch hier ist wieder Lava versuch mal oh Lava ist eigentlich immer ein ziemlich gutes Zeichen für Diamanten glaube ich also habe ich immer so im Gefühl wenn ich Minecraft spiele oder guck wenn man so ein Lava See da hat dass man da auch äh in der Nähe immer gut an äh Diamanten kommt ja ich brauche mich einfach mal so dran vorbei okay äh Diamanten wollt ihr mal wieder vorbeischauen eigentlich fänd ich ganz nice müsst ihr aber auch nicht wenn ich nicht wollte ich geh mal ein tiefer ach komm schon jetzt ist hier wieder Erde und hier sind leider keine Diamanten schade das ist eine Fail Lava Quelle wenn ich das mal so sagen kann scheiße komm ich pulle mich einfach mal kann ich wieder zurück zu diesem Volk rufen das ist die moderne Art des Trip Mines oh Whetstone ich will aber Diamanten oh Hoppala Kohle yeah brauche ich nicht oh Whetstone ich will aber immer noch Diamanten sag mal sind wir noch auf der richtigen Höhe Alter hier ist so viel Kohle ne Kohle ist immer reichlich da oh Gold Gold kann man auch gut gebrauchen für goldene Äpfel oder so das stimmt auf jeden Fall sonst nichts auch da nichts nice wie viele wow hey ich finde hier die ganze Zeit Redstone was ist denn los hier ich will Diamanten ich kann gar kein Redstone mehr tragen ich habe 4 Stacks Redstone was soll ich damit ich habe auch so viele Redstone Ah da kommen wir wieder angeschissen Achso Redstone Alter was anderes wollen sie uns glaube ich gerade nicht geben ich habe letztens mit einem Typen gespielt ich sage so hol mal Redstone für Fallen und er woran erkenne ich das welche Farbe hat denn das äh meistens lila aber auch farblos ist es auch vorhanden alter Theorit ja ok also du musst den farblosen Redstone suchen weil wir Redstone brauchen ja aber woher sollst du denn wissen wie das aussieht das frage ich mich auch also ich habe zu viel verlangt ja man muss ja gewisse Fachkenntnisse weitergeben oh warte mal ich glaube ich konnte das Eisen gerade nicht einsammeln ja hier scheiß auf ja hier ist wieder Diorit komm doch vorbei naja ich habe schon gesehen ich will kein Diorit mehr ich habe genug ich will jetzt Diamanten ey das kann doch nicht angehen oh Mama ich will aber Diamanten ich will Diamanten oh Diorit von vorne das kann nur schief gehen ah du Nudelsalat sagte der Glückspro was denn nein Lava ja gut dass du die Spitze übernommen hast äh finde ich gut von dir geh doch mal weg alter du rennst mir die ganze Zeit durch die Linse okay pass mal auf ich habe jetzt Plan da wird wahrscheinlich eh voll schief gehen Fog 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 hör auf böse Lava so okay wir haben hier einen Lava sie wenn du mich da rein haust ne ich schrei dass dir die Ohren platzen Diamanten alter geh mal weg geh mal pst pst danke warte ich bau dich mit Erde dahin ja oh ich baue mich gerade drum herum oh Redstone gut ich übernehme das Redstone hier kurz aber pass auf dass sie nicht wieder in der Lava fallen oh Gold ist hier auch ja ja ich bin ganz zärtlich what das höre ich aber auch nicht oft ich will jetzt dahin gehen erstmal richtig gechillt sein und die Lava aus dem Stein streicheln die Lava aus dem Stein streicheln zärtlich ich habe das gerade nicht gesagt okay nein was mache ich aua au au sorry Moment ich wurde hier kurz äh einen sicheren nein alter was war das für ein Leck so also die Diamanten sind jetzt gesichert die dürften jetzt nicht reinfallen boah ich bin König er hat ihn verbrannt was er hat ihn verbrannt alter wieso was habe ich verbrannt ich habe du hast ihn da reingeschmissen wieso habe ich du hast das da aufgeklopst du Nudelsalat ja weil du den Diamanten abgebaut hast den ich abgebaut habe man schämlich oh weißt du ja ich habe jetzt fünf Stück alter alter das Ding ist wir sind schon seit keine Ahnung 30 Millionen Jahre hier unten wir sind seit einer Stunde in der Höhle und äh ich habe noch nicht ein Stück Fleisch gegessen ich auch nicht ich habe so viel Redstone ich habe so viel Diorit ich habe alter wenn ich so viel Diamanten hätte wie Diorit ne ich wäre König erst mal hier das Wasser abbauen beziehungsweise zu bauen noch mehr Gold danach haben wir es auf jeden Fall erst mal faustig hinter den Ohren hier mit Ressourcen Diamanten Baby nice doppelt oh hier ist noch Obsidian da ist Kohle Kohle lasse ich jetzt mal liegen ey so kommen wir halt auch viel schneller voran alter guck dir mal an hier überall Diorit das machen die nur für dich dann kannst du scheiß Diorit alter ne ich will gar nichts mehr ich habe so viel und wenn ich könnte das unverarbeitet mal kurz verarbeiten poliert 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 da ei 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 so lasse ich mal liegen oh da drüben ist wieder Redstone Moment ich baue mich da mal rüber so oh lapis lazuli das braucht man auch für verzaubern das ist gut hier brauche ich jemanden der fackeln hat da wird es dunkel ich habe noch 51 Moment mal Moment mal Moment mal Moment mal ich kann das labe nein ich bin so dumm ich habe gerade willkommen zur ersten Folge ich glaube ich habe gerade ein bisschen da bis lazuli verschwendet ich habe das einfach abgebaut dachte ich kann das aufsammeln aber das konnte ich nicht aufsammeln was daran lag dass man immer tag voll das ist natürlich nicht so gut das ist natürlich nicht so gut das ist sicherlich ich glaube ich'll es wird da ganzE crazy ist das � would ich